Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mein zweites Video von Swap the Box vorführen. Es geht von Level 6 bis Level 10 in der Welt Docks. Ich fange einfach an mit Level 6. Ich ziehe den nach rechts und wir haben das Level beim ersten Versuch geschafft. Das nächste Level ziehe ich den einfach ein nach unten. Wichtig ist natürlich wieder drei gleiche Kisten in einer Reihe zu haben. Mindestens drei, sagen wir es mal so. Hier unten seht ihr, sind vier gewesen. Jetzt sind wir schon im Level 9. Das haben wir auch gleich beim ersten Mal geschafft. Als letztes kommt Level 10. Da muss ich ein wenig überlegen. Ja, so müsste es klappen. Super, das haben wir auch geschafft. Jetzt haben wir von Level 6 bis Level 10 auch durchgespielt mit einem Versuch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Tutorial. Da zeige ich euch von Level 11 bis Level 15, wie ihr es beim ersten Versuch macht. Schaltet wieder ein, macht es gut. Ciao. Ciao.